Was will ich denn? Den mag ich. Den Roboter, den mag ich gerne. Blitzcrank. Aha, du spielst mal mit Blitzcrank. Okay, dann nehmen wir schon mal hier das Item und dieses Item und bau den Champ dahin. Okay, das wird schon mal rip, die Runde. Tatsächlich ist es ja auch gar nicht so schlecht am Anfang zu verlieren, weil du dann als erstes picken kannst, ne? Deswegen, ich glaube, ich verliere immer mit Absicht. Aber ich versuch's, sag mir so. Macht das Sinn, auf dem Blitzcrank die 15% Attack-Speed zu machen mit dem Recurve-Bow? Ne, ne? Wer ist das hier? Hast du das mit Blitzcrank hier oder was? Ja. Gib ihm ab, Brudy. Ich sage, du gewinnst. Ich habe mich mal Level 2 absichtlich rausgenommen, wenn ich verliere. Obwohl ich hier nicht so viel Schaden. Ich glaube, ich verliere. Nee, der K macht den Garen easy. Na, der Ulti jetzt, ja. Ah, Klee, Blitzcrank noch! Oh no! Haha! Ich hätte nur zwei Schaden bekommen, glaube ich. Oder drei oder so. Oh, wen haben wir denn? Kexi. Zwei Level 2 habe ich schon. Und einen dicken Dario aus dem Start. Mein Gegner hat schon ein Level 2 Tristana und ein Level 2 Lucian. Puh, gut, ein guter Anfang würde ich sagen. Aber ne, vom ersten auf den vorletzten Alter. Okay, jetzt ist Friede noch unter mir. Mhm, ich bin letzter auf jeden Fall. Wer ist denn die eine mit dem goldenen Pfannwender da? Evelyn. Evelyn, scheiße, die suckt richtig. Du willst nur den Pfannwender, gehst du. Ich habe schon gepickt. Ich habe hier schon mein, mein Item. Sop, das ist der Sim. Hä? Ach so, das ist auch der Dachloi. Okay, kein obdammt gerade. Der Friede. Loll, 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 Loll. Loll. Ich habe auf die Spekom. Gehe. Hmm. Ich habe nur ein Tönen. Danke. Danke. Muss ich mir das jetzt auch holen? Wer mitspielen willst? Weiß ja noch nicht, ob ich das so erzeugt. Hast du LOL Social gespielt? Anivia Main Beste, ja. Ist schon ne Weile her dann, oder? Hahaha. Oh Gott, das wird nix. So, was soll das heißen? Anivia nicht mehr Beste, oder was? Ich weiß, dass du ehrlich gesagt konntest, aber es ist halt nicht zu viel gespielt, aber... Was? Wenn da so ne Truhe auf dem Feld spawnen, kann man da reinlaufen und ein Gold kriegen? Ich glaube, das bekommst du nur, wenn du Piraten machst. Genau, richtig. Das ist nur für diese Piraten, ja. Äh, was wollte ich denn jetzt noch? Nicht was für mich dabei. Gott, ich hab mehrere Sachen, die ich haben will. Oh Gott, nein, tisch nicht. Nimm mir nicht die Dings weg. Nimm mir nicht weg. Den Pfannenwender. Nice. Wer ist auf den Pfannenwender? Ich brauch den Pfannenwender! Oh, das sind ja schon alle... Achso, warte mal, das kann ich über... Hallo, X-Trak. Ihr Retter. Alter, nimmst du mich auseinander. Alter, Julio, das hat weh. Dann mach ich eigentlich grad voll den Müll. Alter, ich hab den Typen auch. Ich glaub, ich krieg's müllig aus. Yes. Darius ist mein. Shit. Finally. Shit, shit. Oh Gott, jetzt... Der hat schon 3 Level 3. Oh, der Typ hat 3 Level 3er. Holy shit, was ist denn dem denn kaputt? Ja, das will doch schon mal nix von dir. Ja, der kann ja nur gewinnen eigentlich. Weil das... Ja, nee, deswegen garantiert nix. 3 Level 3er. Holy shit, wie viel Glück kann man haben. Boah, eine Runde habe ich noch. Ich krieg die Lulu nicht. Ich kriege einfach die Lulu nicht. Oh, nee, dass der Darius jetzt so... ...gebanished war, das hat mich jetzt weg. Nee, der ist wie nix. Na, dein Darius... ...klaut noch Schaden raus, auf jeden Fall. Sollte aber eigentlich... No, oder? Naja, der ist ripp. Puh. Sehr nice, sehr nice. Are you kidding me? Es kann's doch nicht sein. Oho... Ich könnte 50 Gold ausgeben. Komplett alles, was ich hab. Man, schon wieder der Darius, warum wird denn der immer gestunnt? Ist doch Müll. Oh, das war gut jedes Mal für dich. Ich hab jetzt halt sechs Assassinen... ...das ist echt... ...super stark. Ja. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Auch wenn die... ...Katharina da Level 1 ist. Scheiß egal. Hauptsache... ...sechs Assassinen. Ja. Ja, das stimmt. Uh... Hast du acht Stück? Hast du vier hier? Irgendeine acht? Nee. Oh, ich auf jeden Fall wieder gegen ihn. Aber jetzt hat er sechs. Hat er sechs? Oder fünf. Ich bin nicht ganz sicher, was ich gerade gesehen habe. Oh, diesmal siehst du aber nicht so gut aus für mich. Nee, ich schwirrte. Mach mich auf ehrlich. Oh, ich könnte wieder gewinnen, tatsächlich. Ich nicht. Ich glaub mir, dass es ihnen gar nicht gegen den Nellon stinkt. Boah. Ich hau ihn raus, glaub ich. Ja, er ist draußen. Wir beide 101. You kidding me. Das gibt's nicht. Okay. Oh, mein Schatz. Letztes Geld... Letztes Geld auf jeden Fall. Du hast ein Level 3, ja. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Das war auf jeden Fall ziemlich schnell weg. Oh, das war nix. Nope. GG, holy shit, ey. Was für'n Game. Kass, ey. Die waren gut bis zum Schluss und so. Dann haben sie einfach in den Kopf gestackt. Das stimmt, ey. Oh, Alter, meine Luna hat nachher mit der Tastana doch noch gut geregelt, ey. Hey, X-Flag. Oh, du mit deinem Blitzquang schon wieder. Leck mich doch. Aua. Warum sind die alle geschildert? Was hast du für'n Mist? Aaaaah, nein. Komm schon. Ach, schade. Ich will jetzt die Garen noch. Warum waren die alle geschildert? Oh, Gott. Wo bin ich denn überhaupt? Ich finde, man sieht es immer sich selber schlecht. Ich hab immer da wo gelb ist, oder? Da wo das gelb wird. Ja, stimmt. Aber achte ich mich immer nicht drauf, dass wo bin ich. Dann guck ich immer, hä, wo bin ich denn? Give me dead graves. Ich glaube, ich hab mir das richtige Item gewählt. Ich bin immerhin, das macht das. So das nicht nachschauen kann, ist auch so eine Sache. Ja, ich... Also, halt nicht offiziell. Ja, ich... Ja, irgendwo. Genauso wie ich finde, dass hier in dem Pool muss man ja auch auswendig wissen, welche Typen die Leute haben. Ja, das finde ich mal auch die Idee. Warum steht das da nicht, ja? Oder die Zeichen wenigstens oder so. Einfach neben das Item könnte man noch die Zeichen machen. Würde doch genau passen, dann. Ja. Ungefähr. Warum kriegt der Garen den Schritt jetzt? Oh, die Fiora läuft einfach rein gegen beide Leute, stirbt instant. What the fuck, warum? Kita, das schaff ich immerhin. Ich auch. Ein Item, immerhin. Ich hab noch keins und es lebt noch eigentlich. Ein Item, uuuuuh. Ich weiß nicht, wie ich das geben soll. Keine Item. Wuuuuh. Hehehe. 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 Okay, der spricht gegen den Bist. Ja, da haben wir auf die Fresszaun, ne? Jup. Wenn's wieder klappt. Es ist halt so ein Bullshit. Gerade eben hätt ich die Karten alle brauchen können. Jetzt krieg ich nichts von dem, was ich brauche. Glaub ich Winner sogar gegen den Besten gerade. Ja, echt. Ja, hau ihn. Medieval. Ja, hau ihn bloß weg. Jetzt sind zwei Dinger da. Zwei G.I.S. Ich hab noch mal einen Stinges gehabt. Ich könnte Tech Speed nochmal brauchen, glaub ich. Ah. Nein! Den wollte ich doch gar... Ich hab noch einen Vane. Da hab ich die Dings. Schnell. Chris, für mich. Ah, ich... Hä? Ah, ich hab jetzt auf ihn. Ich komm nochmal mit Attack Speed, glaub ich. Pfff. 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 Hm, Eiswesen, ja. Ich versuch mal guck mal, wieviel Eiswesen ich noch kriege. Vier Eiswesen, wenn ja auch schon nicht verkehrt, glaub ich. Das wird ja auch schon ein Glutz-Rugger-Brack-Bock bringen. Ein Item. Ein Item. Immer noch ein Item. Zwei Items. Piora Level 1 ziehe ich grad so, holy shit. Oh, gegen wen spiel ich denn jetzt hier? Der Typ ist heftig, glaub ich, oder? Ja, ich spiel gegen den ersten. Oh, der hat einen richtig fetten Lucien da stehen. Töte den Zett, bevor er meine Vane tötet. Oh, holy shit, war das close. Oh, nice. Nice. Ich glaub ich hab's trotzdem verloren, aber grad hat der Warwick daneben geulted. Ah, ich hab tatsächlich zwei hier stehen. Ich hab einmal hier noch Volibear und Lissandra. Das wär mal beide Eiswesen, dann hätte ich hier vier Eiswesen. Wo gefällt mir das? Nice. Good job, Zink. Halt dich, halt dich. Halt dich, Bruder. Kein Ultra, dann ablösen. Ich weiß nicht, was ich brauche für ein Item tatsächlich. Tag-Speed wär nicht schlecht. Wär ein Tag-Speed. 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 Schaden wäre aber auch nicht verkehrt. Hm, soviel zu Tag-Speed? Hm, soviel zu Tag-Speed? Wow. Okay. Oh, ich bin der Erste, momentan. Keiner in Caduce. Interessant. ich glaube ich werde es nicht wechseln ich glaube ich bleibe mit dem was ich habe glaube ich ja natürlich dass wir vielleicht uns gar nicht auf nobel fünftes eiswesen dennoch sechstes eiswesen ja vielleicht hätte ich es machen sollen ich weiß nicht ja viel ich brauche 5 bringt mir nichts weil ich noch einen sechsten kommen schon jetzt mal ein paar eidnis bitte keine items kann nicht wahr sein ich habe 1 noch eins bringt mir beide nichts das ist dann gleich mein todes wird das ist nummer drei alter drei level 3 hat der typ richtig viel leben alle holy shit der wird gefährlich oh das sieht ganz schlecht aus für mich in der fund habe ich auch schon verloren oh gutes genau ulti noch kann ich es gewinnen noch kann ich es schaffen komm schon aber zwei ging ein könnte noch unentschieden werden oder ich töte ihn vielleicht sogar noch mal gucken haben wir schon im leshandra ulti nein er versteckt sich hier drei zwei eins nein doch doch nein ich krieg den damage noch wow you kidding me ich kriege einfach nicht was ich brauche es bis mich so an oh hat der typ 6 nobel er hat 6 nobel typ könnte der noch gewinnen vielleicht ohne nicht wenn ich ihn jetzt töte alter die kale ulti oder okay ich müsste die kale weg fokussend die ulti sich der gewinnt gegen mich der gewinnt gegen mich der mugi ware no kenzi ibu lulu er wird das game gewinnt soll ich der 6 nobel oder was das ist er wird warum habe ich und nur ich habe den falschen getauscht nein jetzt habe ich die boni nicht oh gott jetzt wäre ich ja richtig abkacken hallo auftauen auftauen ah ich habe die 6er boni nicht scheiße deswegen verliere ich jetzt hier ich hätte ich wollte ihn die fiore rausnehmen dafür wo die rein nehmen zack jetzt habe ich mich sechs eisen kraft weil ich die wenig level drei kriege ich habe nur level zwei mal hier das ist echt bitter das ist ja ich bin zumindest das noch holi er kommt schon nein er ist schon eine vein irgendwas der typ ist heftig ne dieser muki juli ja aber ganz knapp verloren gerade also wenn der da gewinnt dann glaube ich aber der hat nachleben ja oh jetzt muss ich gegen den typen gegen wen musst du auch gegen den oder gegen mich ach gegen dich ich bin nicht fertig geworden mit meiner konflikt der geht halt auch mega ab der typ aber ich glaube ich kann den schaffen er ist in anivia warte fack ja komm schon töte ihn carry töte ihn naja ich schaffe ihn er wird er ist draußen woher ich bin holy shit think okay wir beide one on one ich bin alle wuuu beide attack speed hier full damage okay gib ihm hart bruder ja oh holy shit wenn ich jetzt noch ne ash kriege ne wellen kriegen würde ne das wäre awesome ähm dann haben wir drei away noch bekommen huuhuhuhu huuhu oh gute leona holt die auf jeden fall komm schon kommt schon, kommt schon, kommen schon die Carries, ja die Carries, jetzt kommen sie, oh Gott, Ziggy boy, holy shit, okay, eine Runde ist noch, holy shit, eine Runde ist noch, oh, okay, 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 ich bin mal gespannt. Dieses Einfrieren nervt so sehr, holy shit, der Panadilla. Alter, okay. du hast du das in einem leben überlebt hast vorher ne holy shit alter oh gegen den habe ich noch nie gekämpft oh echt also der von synchro an item glaube ich ah stimmt ah ja ok witzig noch nie gesehen absage erstmal rein steht vor mein carries und man schautet den ersten carry das sieht gut aus jetzt aber auch holy shit das könnte das spiel entscheiden was ich hier gerade sehe hoffe doch jetzt wird schwanz wobei 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 gerade auch noch umgestellt dass du mit einem leben auch überlebt ne oh sitchern die instant down die weines stock komm schon wein komm schon wein wieder gut die oldie von leona so nerviger kackvogel komm schon das geht an mich das gibt es gibt es nicht okay das entscheidet und was da alles eingefroren und was gegen mich gewettet und was einzige der es zerstört hat mein zweites spiel fast gewonnen holy shit holy shit holy shit danke für deine hilfe das game hast du für mich gewonnen oh i'm sad he's bad man 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 he's bad man